Du bist mit der Schule fertig und weißt nicht, was du jetzt machen sollst? Wie wäre es mit einem FSJ Kultur bei der Jugendarbeit in Bamberg? Zum einen bist du für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, betreust also die Homepage und pflegst neue Berichte ein. Dann bist du auch auf Social Media aktiv und sorgst für neuen Content. Nebenbei lernst du mit Designprogrammen zu arbeiten und damit Plakate zu designen. Deiner Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Du bist auch bei der Planung und Durchführung der Bamberger U16-Partys, der Pool-Partys und vielen anderen Veranstaltungen mit dabei. Zum anderen tauchst du in die Medienarbeit ein. Du lernst mit Schnittprogrammen umzugehen, worauf du achten musst beim Filmdreh und welche Rolle das richtige Licht und der Weißabgleich bei Fotos spielt. Du fährst auch mal an die Schule und unterstützt die dort stattfindenden Medienworkshops. Deshalb ist es gut, wenn du einen Führerschein hast. Während du vormittags hauptsächlich im Büro im Jutz arbeitest, geht es nachmittags in den Jugendtreff. Da wird dann mit den Kindern mal gekocht, mal Basketball gespielt oder verschiedene Projekte umgesetzt. Deine Arbeitswoche hat 40 Stunden. Montags hast du in der Regel frei. Samstags findet entweder der offene Treff oder Konzerte im Jugendzentrum Margarete statt. Da kann es dann auch mal etwas später werden, weshalb du volljährig sein solltest. Bei Veranstaltungen hilfst du dann zum Beispiel an der Theke aus oder begleitest diese mit der Kamera. Du hast also Lust, im Kulturbereich zu arbeiten, dich kreativ auszutoben und viele neue Menschen kennenzulernen? Dann komm doch zu Java! Das ist ein Schuss. Scheisse, ich möchte sie im Kulturbereich zu er players. Bis zum Beispiel an der Shut-Truf auf insurance. Das ist St. Mark uns Jamfus in Stadt. ja, liebe speed an die Analyse. bis zum Beispiel an der Sonne muss man immer wieder drauf. Vielen Dank.